Da sind wir denn schon live? Ich hoffe doch. Schönen guten Abend von der Jochkanzel. Das ist der neuralgische Punkt auf der Jochstraße, die 6,8 Kilometer lang ist, die Bad Hindelang und Oberjoch im Oberallgäu miteinander verbindet. 107 Kurven hatte sie früher, 105 sind es heutzutage und das weiß ich deshalb so genau, weil ich nicht nur seit über 40 Jahren hier im Allgäu Stammgast bin, es ist glaube ich mein 50. Aufenthalt hier, sondern weil hier einmal im Jahr, im Oktober, nämlich Ausnahmezustand herrscht, beim Jochpass Oldtimer Memorial. Dann werden Motorräder und Automobile bis in die 80er Jahre hinein, das ist die Baujahrsbeschränkung, hier auf dieser Jochstraße sich austoben und dazu laden wir Sie diesmal ganz herzlich ein. Wir haben nämlich wieder sechs Plätze frei, Taxiplätze im Porsche 911 ST von Sebastian Bashti Sommer aus Tuttlingen. Ein Porsche 911 ST mit 280 PS, der Sie hier über die Jochstraße bringt, über 300 Höhenmeter, die sich auf diese 6,8 Kilometer Wegstrecke verteilen. Es ist eine spektakuläre Fahrt in die Wolken des Allgäus mit einer spektakulären Bergkulisse, von der Sie einen kleinen Ausschnitt im Bildhintergrund haben. Wir sind seit vier Tagen hier zum Location Check. Wir haben uns hier noch einmal für Sie umgesehen, um alle Abläufe noch einmal durchzuspielen, die Unterbringung, die Strecke natürlich auch. Und das alles können Sie mit uns im Oktober, Mitte Oktober erleben. Trotz Corona haben wir sechs Taxiplätze für Sie frei im Porsche von Sebastian Bashti Sommer. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ja wie kann ich denn da mitmachen, muss ich da an einem Preisausschreiben teilnehmen, alles ganz großer Blödsinn. Schauen Sie später mal in den Begleittext, da sehen Sie eine Webadresse und auf dieser Webseite, da können Sie jetzt Ihre persönliche Reservierung abgeben. Ich verrate Ihnen das mal ganz kurz. Netzwerk1.com, ganz leicht zu merken. Schauen Sie sich mal um, vielleicht ist das was für Sie und ich schaue mir jetzt noch diese spektakuläre Kulisse an. Mit dem Blick auf Bad Hindelangen, auf Bad Oberdorf und hinüber zum Rotspitz, zum Breitenberg und zum Imberger Horn. Und bis wir uns dann mal live wiedersehen, vielleicht hier am Jochpass, bin ich hier und euer Carsten Krome. Und ich bin raus. Dankeschön.